Wie Heuschrecken tauchte die mongolische Horde aus dem Osten auf, angeführt von einem Irren namens Genghis Khan. Als wir die ersten Gerüchte über die heranrückende Horde hörten, dachten wir, die Mongolen wären bloß eine Räuberbande, nichts Ungewöhnliches in der Steppe. Doch als Speer aus dem Osten berichteten, die Mongolen hätten das Persische Reich komplett zerstört und in nur drei Jahren seine Zivilisten getötet und seine Städte niedergebrannt, wurde klar, dass wir sie stark unterschätzt hatten. Kurze Zeit später kam dieses Übel über unser Volk. Unsere Kipchak-Brüder im Osten kämpften tapfer, wurden aber mühelos besiegt und mehrere Irakane wurden gefangen genommen. Die Mongolen vergruben die Kipchak-Kahne lebendig unter einem Podest, auf dem der mongolische Kommandant Subutai Bahadur saß und seinen Sieg feierte. Die Mongolen nannten es einen ehrenvollen Tod, der Adel- und Königshaus vorbehalten war. Ich glaube, sie sind böse Dämonen, die uns quälen sollen. Nur der westliche Teil unseres einst mächtigen Staatenbundes verbleibt. Das große Kumanien ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Doch Kotjan, eine unserer Karne, erkennt die drohende Gefahr und ruft alle Stämme zusammen, um sie für den Kampf gegen die Eindringlinge zu vereinen. Er hat seinen Stolz hinuntergeschluckt, sich an unsere Feinde, die Rus, gewendet und bittet sie, sich dem Kampf anzuschließen. Sie mögen uns feindlich gesinnt sein, doch wir haben keine andere Wahl. Die Mongolen werden dieses Land geißeln und jeden versklaven. Lasst uns hoffen, dass die Rus-Fürsten das auch erkennen, bevor es zu spät ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Age of Empires 2. Das ist jetzt Folge 143, wenn ich nicht falsch liege. Und ich wollte mal ganz kurz was sagen, weil diese Kommentar mittlerweile doch relativ häufig vorkommt. Bei den verschiedensten Folgen, witzigerweise, gleichzeitig innerhalb der letzten Woche. Warum auch immer. Aber, ich habe jetzt ganz noch die Frage bekommen, ob ich denn auch sowas wie Dynasties of India oder Dawn of Dukes spiele. Also die zwei neuesten DLCs. Vor allem, weil jetzt auch die Dynasties of India rauskamen. Und ja, ich spiele alle DLCs. Und auch alle, die jemals von Age of Empires 2 rauskommen werden. Genauso wie, wenn ich alle Kampagnen durchhabe, werde ich eine Reihe starten, bei der ich alle Achievements, die es im Spiel gibt, die ich noch nicht freigeschaltet habe, sprich, viele, werde ich noch alle in einer Reihe einzeln nach und nach abarbeiten. Da sind viele einfach auch bei. Also das gibt aber bestimmt auch ein paar nette, kleine Folgen. So, jetzt nur mal ganz kurz, damit wir wissen, welche Reihenfolge die kommen. Ja, weil ich habe mich auch einmal die Frage gehabt, wegen Pachacuti oder Pachacuti, Kuti, Zuti, der Inka, ne? Warum ich die noch nicht gebracht habe, obwohl er doch zu dem anderen DLC gehört. Das andere DLC hatte ursprünglich eine andere Kampagne gehabt, die dann aber entfernt wurde. Und durch das DLC, was ich jetzt gerade spiele, der Last Cans, kam Pachacuti dann als Ersatz für die Kampagne, die bei dem anderen dann rausgegangen ist, dazu. Ne? Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Kotiankan spielen, die Kampagne. Danach Pachacuti. Dann kommen die Kunst des Krieges Herausforderungen. Das sind, glaube ich, acht Stück. Dann kommen die Lord of the West, also sowas wie Edward Longshanks, Großherzog und die Horteville. Und dann kommen die Dawn of the Dukes, also Janziska oder Cishka, keine Ahnung. Algierdas und Kestutes, Jadwiga. Und dann spiele ich die Dynasties of India. Wie die natürlich sind, keinen Plan. Und falls ihr übrigens einen Ventilator im Hintergrund hört. Ich versuche ihn rauszufiltern, aber falls ihr ihn hört. Sorry, aber es ist einfach übel warm. Okay. Nur Kotiankan kann Truppen ausheben. Sie verlieren, wenn er stirbt. Okay. Hinweise. Okay, steht nichts von Dingens. Alles klar. Kotiankan. Kotiankan. Mächtiger Kahn. Ich konnte die Anführer der Kumanen und Russfürsten nicht überzeugen, gegen die Mongolen zu kämpfen. Ihr werdet sie persönlich treffen müssen. Das ist okay. Kannst du... Ja, du kannst spielen gehen. Nein. Ich habe den Hotkey vertu... Vertu... Hotkey vertu... Hotkey vertu... Hotkey vertan. Schwierig. So, der kann einfach mal ein bisschen erkunden gehen. Weil ich denke mal, bei der großen Karte werden wir bestimmt irgendwann was brauchen von der Erkundung her. Oder ist es so wie bei den Mongolen, dass es einfach egal ist. Wir haben mal wieder was anderes. Hatten wir schon lange nicht mehr sowas. Da geht's schon los. Lol. Der ist eigentlich auf Bewachen gestellt. Ist ja witzig. Gut. War jetzt nicht ganz so schwierig. Hm. Hallo. Wie geht es Ihnen, Herr Kipchak? Wir werden den Dnjepa rot färben mit dem Blut der tartarischen und mongolischen Reiter. Das war irgendwie schon fast zu einfach. Einfach reingehen gehört mir. Joach, nehme ich, ne? Da ist aber noch einer. Willst du uns das nicht auch noch anschließen hier? Ne? Weißt du, alle gehen rein. Nur der eine denkt sich so... Oh nö. Was? Wir haben jetzt mal gar keinen Bock auf euch. Mongolische Speer. Sie sind, denke ich mal, wahrscheinlich feindlich. Wie hätte ich das gedacht? Halic-Volhinian. Keinen Plan. Hier ist aber eine leere Fläche. Das hat echt Vibes, wie bei, ähm, Genghis Khan der ersten Mission. Hm. Okay. Ja, da wäre auf jeden Fall noch etwas, wo wir hingehen können als nächstes. Dafür müssen wir uns den Turm bekämpfen oder uns hier außenrum sneaken. Und da hinten ist nochmal etwas, was verbündet ist. Hier ist es feindlich. Warum auch immer ich dann da hin sollte. Und da ist wieder freundlich. Aber was sind diese leeren Ebenen? Ach, diese... Volhinien sind dann die russischen Stämme. Okay. Also die Rus-Fürstentümer. Alles klar. Ja, dann würde es doch eigentlich Sinn machen, wenn wir jetzt hier rechts hingehen, oder? Ja. Macht für mich jetzt am meisten Sinn. Wir können mit dem Spiel einmal ganz kurz da hingehen. Schäfer. Super. Was ein Bait? Das ist ja ein Feind, kein Freund. Hm. Das ist aber schade. Nicht sterben, bitte. Bitte. Okay, was ist jetzt daran... Cool. Kriege ich jetzt irgendwie ein Gebäude, oder so? Das ist ja scheiße. Oh, lol. Hm. Hab nicht aufgepasst. Das ist ein tartarischer Speer. Alles klar. Hab ich denke, ich ein Gebäude gekriegt. Nee, ne? Hm. Ja, hat nicht gut aufgepasst. Bin ich ehrlich, du. Naja. Was hat mir der Stamm jetzt hier gebracht? Der war ja komplett für den Arsch. Ja. Super. Und da waren nur Feinde. Das hat sich irgendwie auch nicht wirklich gelohnt. Ah, gehen wir hier die Verbündeten abholen. Immerhin die. Na. Hoffe ich zu... Wobei ein Schwertkämpfer schon echt Schmutz ist, ne? Kipchak und Bogenschützen, alles cool. Aber die Schwertkämpfer, schwierig. Mein Vater starb im Kampf gegen diese niederträchtigen Mongolen. Ich werde ihn rächen. Ach, krieg ich eh nicht. Hm. Boah, ein Mönch wär echt schick gewesen, Jungs. Naja. Den Ton da unten können wir ignorieren. Der ist uns eigentlich egal. Gehen wir mal hier oben zum Lager hin. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, was wir in diese Lager bringen, bei denen ich einfach nur Gegner habe. Weil mehr außer drauf... Also, eventuell drauf gehen kann ich da eigentlich nicht, oder? Ich wette, mit euch hier ist die Karte erkunden, auch richtig, richtig worth. Aber ich lasse es mir einfach den Zufall erstmal. Mhm. Damage haben wir gut, ne? 4 plus 2. Irgendwie fallen die Gänchen schnell um, die Jungs. Krass. Hm. Ja. Stammbesuch, das... Hat sich richtig gelohnt, auf jeden Fall. Bin ich... Also, ne? Wahnsinn. Ich wette, mit euch jetzt hier die Ecken wären richtig sinnvoll. Oder auch hier dazwischen. Einfach mehr erkunden, aber... Bis jetzt sehe ich den Nutzen noch nicht. Und eins habe ich bei den DLCs gelernt. Erkunden ist... In fast allen Fällen bei den DLCs... Negativ. Eigentlich schade, ne? Hm. Aber bei den Gegnern hier ist das jetzt auch nicht so schwierig durchzugehen. Vor allem, wenn wir so viele Kipchak und so haben. Geht's eigentlich voll klar. Haben fast alle Stämme besucht. Hm. Moin. Okay. Fuck. Einen verloren. Egal. Dafür, dass wir hier so viele Gegner hatten, ist einen Verlust zwei. Eigentlich voll in Ordnung. Ja, das war der achte Stamm. Nee, Leute, ich habe sogar vier von... Hä? Habe ich zwar vier... Hä? Ich habe jetzt nur zwei sterben sehen. Na gut, sind offensichtlich vier gestorben? Naja, müssen die ja wissen. Hä? Wann? Habe ich gar nicht gesehen. Na gut, die scheint immer wieder verbündet zu sein. Hm. Hallo, Truppen. Was für ein Kackbait schon wieder. Hm, ich bin verbündet. Nein, bin ich nicht. Haha, reingelegt. Arschloch. Wir haben alle unsere Stammesmitglieder überzeugt, sich uns anzuschließen. Doch um eine Chance gegen die Mongolen zu haben, brauchen wir die Hilfe unserer Rußnachbarn. Ich will jetzt nichts sagen, aber eigentlich waren da mehr gegen uns als für uns. Ich meine, die haben uns geholfen sofort und die... Das hier war scheiße, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße und das war... Also fünf... Nee. Ja, doch. Fünf waren kack, zwei waren gut. Hä, was ist denn doch neun gewesen, oder? Hä? Warte mal ganz kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wo sind die anderen beiden gewesen? Hä? 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 Wann habe ich die denn gesehen? Ja, ich habe keine Ahnung, ey. Hä? Na gut, auf jeden Fall waren nur zwei... Gut. Der Rest war für den Arsch. Ich habe mir die abholen sollen, direkt nach oben, fertig. Wobei, ich musste ja besuchen. Oder war es neben dem Ziel? Nee, muss. Ein Reiter kamen jahrhundertelang aus den Steppen und plünderten unser Land. Da passt es, dass euch nun dasselbe Schicksal widerfährt. Ihr seid auf euch gestellt, Herr der Pferde. Ja, nichts anderes habe ich von euch erwartet. Als das Tor zugewesen ist und ich nicht reinkam, dachte ich mir schon, alles klar, ich kann weitergehen. Ah, da war ein Gegner. Tja, schade, dass er uns nicht gesehen hat. Ein Mönch. Nee, nur ein Kloster, kein Mönch. Aber wenn schon in der Missionsbeschreibung drin steht, dass nur Kothian Kahn Truppen ausnehmen kann, gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir hier das Dorfzentrum gleich bekommen und dann ein Dorf bauen müssen. Dann würde es auch Sinn machen, warum hier noch Felder übrig sind. Die Mongolen haben einen unserer Fürsten als Geisel genommen. Rettet ihn und wir werden uns eurem Krieg anschließen. Du, Spleens. Okay. Klar. Natürlich wollte ich erstmal Hilfe haben. Weißt du, was wir haben zu nur elf Truppen, aber wir speichern mal. Und natürlich löschen wir die ganzen Evalio-Sachen. Der zwei ja auch. Tschüss. Und der fünfe natürlich auch. Adieu. Boa, was? Zehnter, Fünfter? Das ist doch keine zwei Wochen her. Ich habe heute den 13.05. Als ob das so lange her ist. BTF. Ha. Kothian Kahn. Ja, die Zeit, du, die schwindet. Ich habe einfach keine Zeit für nichts. Traurig. Ist jetzt hier einfach zu, zu. Na gut, dann laufen wir nochmal außen rum. Aber ich will da nicht nochmal durch. Da war ein Gegner. Ich habe nur elf Leute. Gut, sind alles Fernkämpfer. Aber. Ah. Ich habe leider hier auch welche verschwendet. Das war eigentlich nicht gut. Gerade, dass ich keinen einzigen Nahkämpf mehr habe, ist nicht ganz so gut. Aber muss reichen. Was mir richtig bitter ist, ja. Die hat da einen Mange stehen davor. Und ich habe nur Fernkämpfer. Das wird so wehtun. Weil ich kann das hier nicht. Mit denen hier. Ich weiß nicht, ich kann die Hotkeys drücken. So, ja. Da unten ist kein Problem. Aber schwierig. Oh. Er ist fast gestorben. Das war das fast. Ja, die sind schneller als ich. Ja, da muss ich schießen. Hm. Toll. Hat sich richtig gelohnt, auf jeden Fall hier hinzugehen. Kommt, mit neun Einheiten soll ich da jetzt hingehen. Das ist ja richtig doof. Weißt du, was wir speichern direkt auf der Zwei. Jetzt geht es wieder los hier. Speicherstände auffüllen. Easy. Hinterhalt. Okay, das ist eine kleine Miniklippe. Da könnte man zumindest mehr Schaden machen. Ah, ne. Nachher hole ich den. Och, nö. Das ist ja schwierig. Geil. Okay, ich kann es versuchen mit Informationen. Boah, ich werde das sowas von verscheißen, ne. Ja, komm, wir speichern nochmal. Aber ich werde das sowas von verkacken jetzt. Der hat zwei Mönche. Das heißt, von zwei werde ich mich verabschieden können. Plus ne Manga. Oh, das wird anstrengend jetzt. Und ich habe nur so wenig Einheiten. Der hat noch mehr. Natürlich. Da gibt es bestimmt einen Eingang, oder? Mhm. Da geht noch einer weg. Ja, die kannst du aber auch echt nicht kalt mit den Leuten, die ich jetzt habe, ne. Und den Technologien gerade. Och, ist das echt zu, zu. Da gibt es auch bestimmt einen Schleichweg unten, oder? Komm schon. Das ist ja eine Frechheit, wenn ich mich da hinstellen muss. In dem engen Bereich. Und dann gegen die kämpfen. Oieieieiei. Okay. Das ist ja eine super Voraussetzung. Mit sieben Einheiten. Ich meine, die zwei Manga Dice. Easy. Da werden wahrscheinlich noch mindestens zwei Gegner hier stehen. Hundertprozentig. Aber allein die Manga und die zwei Mönche. Die tun jetzt schon weh. Ah, das ist schon mal der erste Manga, der extra rauskam. Immerhin kommen die nur einzeln. Bis hierhin ist ja schon mal nicht schlecht. Ich kann schon mal das aufschießen, wenn ich versuchen kann, durchzureiten, die bei Mönchen versuche, rauszusnipen und dann den zu töten. Oder ich töte den zuerst, weil die haben ja auch nicht regiert, als ich umgekämpft habe. So, ist gut. Kurz den Hilferteil holen. Holen. Okay, das kannst du nicht, weil der zurückläuft. Och, ihr macht mich doch jetzt schon wieder nervös. Das war gut. Sehr gut. Direkt speichern. Jeder Einheit, die ich kaputt mache, ist ein Sieg. Jetzt nicht schießen, Kumpel. Und da unten ist safe noch ein Manga. Das war so klar. Das war so klar, Junge. Direkt nochmal speichern. Jetzt kommt das schwierige Part. Eine Bande komanischer Reiter? Mit euch als Retter hätte ich am wenigsten gerechnet. Mein Vater ist ein wichtiger Mann. Befreit mich und mein Volk wird in eurer Schuld stehen. Ja, das war gut. Gott sei Dank. Also das am Ende lief echt super. Bin ich ehrlich, das... Halt dich bin ich besser vorstellen können. Es ist keiner gestorben. Ich habe sogar den Split. Ich weiß nicht, ob der was gebracht hat. Aber gefühlt war der gut. So, der Herr. Sie dürfen raus. Möchten Sie denn auch gehen? Jetzt sagt mir bitte nicht, dass du irgendwie auf den Hinterhalt dann getötet wirst oder so. Das ist ja auch echt bitter, ne? Kommt jetzt einfach so eine kleine Kavallerie-Einheit vorbei. Tot. Das sind auf jeden Fall Gegner noch unten. Die könnten ja nach oben kommen, theoretisch. Oh, das wird eine Katastrophe jetzt auf jeden Fall. Aber wir haben es geschafft mit sieben Einheiten. Wobei, da stand ja Einheiten produzieren. Aber gegen was denn? Die Karte war jetzt eigentlich schon fast komplett gesehen. Ja gut, es ist natürlich viel schwarz nur noch drin, so, ne? Aber rein von der Fläche her... ...haben wir jetzt so alle Stämme mehr oder weniger einmal angeguckt. Na komm, gib mal ein bisschen Gas, Kumpel. Ihr habt unseren Fürsten gerettet. Wir stehen tief in eurer Schuld. Wir werden bei unserem Verbündeten Kiew ein gutes Wort für euch einlegen. Das war's. Vier Ritter und ein Bojan. Soll ich jetzt warten? Hm. Oder soll ich jetzt noch da hinlaufen? Ich lauf mal da hin. Ich guck mir danach Safety Card an. Hier ist bestimmt super viel Zeug, was noch irgendwie richtig gut gewesen wäre. Gerade so in dieser Ecke. Oder hier rechts in der Ecke. Oder hier auch in den Zwischendingern so. Da ist safe noch irgendwas zwischen. Aber ich bin halt der Meinung, irgendwie gefühlt hat das bis jetzt immer selten was gebracht in den ganzen DLC. Ja, war so klar. Habe ich vergessen. Das wir jetzt einfach ignorieren und durchlaufen. Aber ganz kurz, was heißt denn dann? Nur Kothian Khan kann Truppen ausheben. Da müssen wir doch irgendwo eine Kaserne oder so bekommen, oder nicht? Oder, also zumindest halt, mit Kaserne meine ich jetzt irgendeine Produktionsstätte oder irgendwas. Oder? Ah, geht doch. Jetzt so Tor zu, haha, reingelegt, hingerichtet. Mongolische Späher greifen unsere Leute an. Sie haben eine wichtige Nachschublinie in den Norden blockiert. Beseitigt die Blockade, dann unterhalten wir uns. Oh. Gut, dass ich die Ecke nicht erkundet habe, ey. Ha. Ich sag ja, erkunden wird meistens bestraft. Ich sag, die Ecke hier ist gut. Zack, ist scheiße. Naja, was soll's. Ach, wir haben nur zwölf Einheiten. Ich hab die hier richtig verschwendet, an den beiden Camps. Wobei, das lief eigentlich ganz gut. Das hier unten war eher ein bisschen mies. Naja, egal. Boah, auf einen straighten Weg laufen ist auch bestimmt eine gute Idee. Wenn es sein Stützpunkt ist. Naja. Was wird schon passieren? Ha, soll er uns töten? Hat auch noch einen Bergvorteil. Natürlich. Einen vorgemachten Weg hier. Natürlich. Stark. Aber das ist mir egal. Ich mach mir selben Weg. Ernsthaft? Da könnt ihr nicht hinschießen. Das ist ein Witz, oder? Das war so klar, dass das passiert. Okay, er hat keinen bekehrt, weil die Forschung für den selbst so schlecht ist. So, er geht nach außen. Doch, er hat, er hat leider Mordlöcher. Hä, der ist in der Volk-Zeit, oder? Ey, als ob der, als ob der Mordlöcher hat. Der ist RIP. Schade aber auch. Na egal, reicht locker. Cool. Er hat sich eigentlich auch ganz gut gehalten, wieso? Das ist nicht gut. Wir müssen unser Versprechen halten. Unsere Soldaten kämpfen an der Seite der Kumanen. Zumindest vorerst. Vier Bojaren. Ich bin begeistert, Jungs. Sie hat mir richtig viel gegeben. Ich hab quasi alles bekommen von euch. Erzähl kein Mist, ich kann doch keine Burg kaputt machen. Tja, kann ich nachvollziehen? Das Witzige ist, ich gucke jetzt ja gerade nochmal Stargate Kommando SG-1 durch. Hab ich fürs letzte Mal vor irgendwie 10 Jahren oder so gesehen. Und da ist ja auch mit Goa'uld und den Tauri, oder beziehungsweise den Menschen, ja auch so eine ähnliche Beziehung wie jetzt hier. Ab und zu muss man, also sowieso mit den Tokra, meine ich jetzt auch, gegen die Goa'uld eine Beziehung schmieden, wo man die Tokra auch nicht so unbedingt mag. Es ist, ja, es ist eine coole Serie, guckt es euch an. Naja, gut, dann gehen wir halt da runter. Da, teilen wir die mal ordentlich auf. Da rein, da rein. So. Die Kommanden haben auch so eine interessante Stimme, finde ich, ne? Was denn jetzt schon wieder? Ja, safe ist ja eine ganze Armee. Willst du mich verarschen? Ist ein Witz, oder? Lass mich raten, ich hab mich gespeichert, weil ich immer speichere, außer wenn's wichtig ist. Ist da einfach ein... Riesenhinterhalt, ey. Ach ja, ich hab mich eigentlich bei dem anderen Dings erwartet, aber nicht hier. Aber es kam Hinterhalt. Ist ja komisch. Aber das Ding ist, ich kann nicht nur die schicken, ich muss mir eine Armee mitschicken, weil das wird kämpferbeißen. Oh, ja, dann lass mal ganz das hier speichern. Das ist jetzt ja eine miese Prise. Ich mein, da ist auch, sag ich, das Gewässer, gehe ich da durch am besten, ne? Weil hier unten ist jetzt ja eine Riesenbelagerung. Ja, Hinterhalt, nicht Belagerung. Oh, dann auch noch... Ja, safe, hab halt noch mehr Zeug. Willst du mich verarschen? Wie viele Reiter sind das? Ja, genau! Die reiten sogar hier hin! Was ist denn das für ein Witz? Aber gut, da das jetzt ja nur Speer sind, so gesehen, gehen die auch bei Stunden einfach weg, ne? Ich mein, die Gelben bleiben hier und die kleinen Schwertkämpfer auch. Schwertkämpfer sind erst mal... Cool. Hä, wieso haben die alle voller Leben? Hä, hab ich durchs Laden jetzt irgendwie voller Leben bekommen? Oder hatten die alle einfach voller Leben? Keine Ahnung. Okay, ein paar Leute waren da, aber nicht so ein Riesentrupp. Das ging eigentlich. Ich mach mal trotzdem auf die drei, dass wir jetzt schon drei Spielstände brauchen im ersten Missionsding, ne? Schwierig. Ja, es war so klasse noch irgendein anderer Scheißkopf, ne? Es war so klar. Oh, ne ganz süße Prise jetzt hier. Wobei eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann kann ich die ganzen Schwerkämpfe rauspullen. Oh, ist das nervig. Okay, lass mal speichern hier nochmal. Das ist ne freche Mission auf jeden Fall. Aber siehst du, fürs Erkunden wirst du bestraft. Ich hab es noch gesagt, es war so klar. Ja, richtig smart auf jeden Fall. Alter, wie viele das sind. Stark. Wie viele das sind. Junge, übertreib halt. Ja, Moment. Also mit denen, die Kavadry angreifen. Logisch. Die hier mit den Fernkämpfern so angreifen. Oder generell mit dem ersten Trupp hier. Logisch. Die, die erstmal drinnen lassen, dass die nach vorne rollen, ist auch klar. Allein schon, um die Dinger schneller rollen. Weil sonst sind die ewig lang unterwegs, die Ramböcke. Alter. Okay, ich trenne die. Ich versuche erstmal ganz das Ziel daraus zu beten. Rennen die Gänse nach draußen? Tun sie. Sehr gut. Sehr gut. Eigentlich muss ich Kothian selbst dafür nehmen. Bleibt doch bitte mal stehen, Jungs. Ohne Witz. Weil der regeneriert sich wieder ein bisschen. Der Turm trifft ja eh nicht, weil er inkompetent ist. Kann ich die Schwertkämpfer ranbeten? Ähm. 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 Äh, was? Das ist ein bisschen mehr, als ich gedacht hab. Aber es war sehr gut. Wurde verrast. Alter, kommt da so ein riesen Schwarm raus. Ja, ist klar. Aber es fand ich so gut, dass speichere ich direkt. Ey, ohne Witz, das war richtig gut. Ey, warte. Anges war dumm. Gut, drei Pekingiere hab ich verloren. Scheißegal. Fernkämpfer hab ich keinen verloren. Nahkämpfer. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar gestorben. Oder? Ja, doch. Doch, doch, doch. Aber war gut. War gut. War gut. Äh, dann wählt man die noch ganz kurz rechts raus. Lol. Das sind neue Gelbe. So. Schon zurück hin. So. Hey, warte. Ich mach den mal auf die vier. Weil er der Held ist. Ah, die laufen wieder zurück. Das ist ein bisschen schade. Ich mein, wenn es nur die Nahkämpfer sind, ist ja auch nicht so schlimm. Aber hier ist ja, guck mal wie viele das. Ich versuch mal hier mal ganz kurz so einen kleinen Weg reinzuballern. Boah, das wird jetzt eine anstrengende Sache, diese Burg. Aber siehst du genau, was ich gemeint hab. Wenn du in den DLCs erkundest, kriegst du nur auf die Fresse. Ha. Ist doch schade irgendwie, ne? Na ja. So, mein Freund, warte, nochmal ganz kurz speichern. Ja, es ist Fortschritt. Oh, hier trifft mich über die Burg gleich. Die Gelben haben mich nicht gesehen. Jetzt müssen die wiederkommen. Ja, 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 ja. Jawohl. Sehr schön. Das ist wichtig. So. Ich hab keinen verloren. Das war ein wichtiger Kampf. Sehr schön. Sogar der ist weggelaufen. Das war fantastisch. Ey, wie viele Einheiten, die hier hingestellt haben, ist aber eigentlich schon frech, finde ich. Laufen alle Orangen zurück? Ja, die laufen komplett zurück. Aber die Gelben scheinen weg zu sein. Es sind, glaube ich, nur noch Schwertkämpfer und so ein, zwei davon. Das ist gut. Geh ich zum Angriff jetzt? Warte ich noch kurz? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann auch versuchen, den Turm mit dem Kotjenkan runterzuballern, regenerieren, runterballern, dass der Weg frei ist und ich direkt auf die Burg gehe. Dass die Schwertkämpfer gar keinen Schaden anrichten können, weißt du? So. Teilen wir die ganz kurz auf. Speichern nochmal kurz. Kavalerie dürfte eigentlich keine mehr kommen jetzt gerade. Versuchen wir es nochmal. Ich bin jetzt noch mal. Alter, was ist ein Stress, ey. Die Mission ist auf jeden Fall krass, finde ich. Ganz ehrlich. Kommt, rennt durch, bitte hier rum. So, schon da drauf. Da drauf. Und einheitenbauslassen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Wir müssen die töten. Die dumm drüber. Das Haus ist egal, Jungs. Weiter. Hausgezeichnet. Wir haben das mongolische Lager niedergebrannt. Wenn ihre Armee kommt, werden wir bereit sein. So, lass mal ganz kurz gucken. Ich hab da irgendwie Einheiten bekommen. Ah. Okay, cool. Ich hab auf jeden Fall neue Einheiten bekommen, hab ich oben gerade gesehen. Da war irgendwie was Grünes. Egal. Für euch geht es jetzt auf jeden Fall weiter zur Karte. Bis gleich. Und hier sind wir auf der Karte. Super. Hier war Startgebiet. Ich zoome mal ganz weit raus, weil wir müssen es ja nicht so... Wobei, so reicht schon. Äh, hier war nur ein Turm mit ein paar Einheiten. Die haben wir ja gesehen. Da waren ein paar Einheiten. Da waren ein paar Einheiten. Ja, ansonsten war dann da nichts mehr. Ein paar Einheiten. Einheiten mit Turm. Ein Reiter ist da unten noch übrig. Ansonsten haben wir da eigentlich alles gesehen, witzigerweise. Ja, starke Sache. Hier nochmal ein paar Türme mit Einheiten. Ansonsten haben wir auch alles gesehen. Hier die Erkundung hätte uns gar nichts gebracht. Null. Ja, auch fantastisch. Hier haben wir einen jagenden Wolf bekommen, der nett ist, aber... Wow. Hier haben wir neue Einheiten bekommen. Cool. Und hier auch. Aber erst halt am Ende so. Also im Endeffekt haben wir auch alles gesehen, was wir sehen mussten. Das waren viele Gegner am Ende. Nicht schlecht. Ich meine, an sich ist die Mission cool. Aber... War nicht einfach. Na dann, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Russ-Fürstentümer waren nicht leicht zu überzeugen. Doch als die Fürsten Nachricht über eine große Mongolenarmee erhielten, die Genwesten auf den Dnieper zuritt, nahmen sie Kotjans Angebot an. Nun wird sich eine vereinte Armee aus Russ Soldaten und kumanischen Reitern der herannahenden mongolischen Horde entgegenstellen. Der Anblick unserer Truppen, die vereint gegen die Mongolen auf das Schlachtfeld ziehen, war großartig. Sonnenstrahlen tanzten auf den Schilden der Russ-Fußsoldaten, der Ganzkörperrüstung der Bojaren und den eisengepanzerten kumanischen Reitern. Wenn diese ungewöhnliche Koalition aus Russ und Kumanen hält, haben wir vielleicht eine Chance, dem Übel aus dem Osten standzuhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017